Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Leider muss das für heute geplante Crusader Kings 3 Ränkespiel ausfallen. Maurice hat das Event aus persönlichen Gründen absagen müssen. Das bedeutet aber nicht, dass heute kein Stream stattfindet. Nein, heute wäre sowieso eigentlich Freitags Stream. Insofern kehren wir zurück zum normalen Programm. Und das bedeutet, Jagged Alliance 3 geht weiter. Tor Kaufmann. Wir haben dort ja inzwischen ein B-Team zusammengestellt. Zwei Teams sind inzwischen unterwegs. Wir kommen also voran. Ich freue mich, dass es dort weitergeht. Für die, die alles vergessen haben, es geht mir ähnlich. Aber ich werde mich intensiv nochmal mit der Situation befassen. Und dann schön einleiten, sodass alles wieder klar sein sollte. So, außerdem, wie gewohnt, starten wir mit einem Whisky-Tasting. Falls ihr im Tasting-Circle mit dabei seid, holt den Ben Romek raus. Das ist ein Speeside-Whisky mit speziellem Wine-Cask-Finish. Ein Bordeaux-Wein, in dem dieser schöne Whisky einen Finish erhalten hat. Ich freue mich auf beides. Whisky-Tasting, Jagged Alliance und natürlich auf euch. Wir sehen uns heute Abend 20.30 Uhr. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwein. Wir sehen uns heute Abend. Untertitelung des ZDF, 2020